Hallo Welt Hallo Sandra Ja, hallo YouTube, hallo Richie Da sind wir wieder Neue Monitor Montur Ich auch, kann ich dann so rumlaufen Ja Eins, zwei, drei, vier Tote Ich hoffe wir kriegen noch mehr Leute ran Wir sind nämlich immer noch in der Unterzahl Der Hund räumt Ja Dann herrschen Ja Ich hab was vor Dein Springer hat nichts genügt Nicht ganz Guck mal, was haben wir für Autos Darf ich eins holen? Achso, ja Guck erstmal Ne, dann hol sie Ne, guck ruhig erstmal Also den Zwei-Sitzer Ein Traktor Zwei-Sitzer-Rand-Zwei Ich hab gern was mit dem Geschütz hinten drauf Darf ich eins holen? Ja Ja Muss ja auch fahren Achso Dann hol mal Ach, kann ich gar nicht Oh Warum? Oh, ja Spawnen zur Zeit nicht möglich Achso, da ist Irgendwas Ähm Wenn du ein bisschen zur Seite gehen könntest Ja Ja So vielleicht Das muss doch gehen Auch wenn das in meinem Spiel ist Mh, ja Da muss ich mich aber schon passend anziehen Jetzt, oder? Ach, wieso Hast denn was pinkes? Oh, ja Das passt doch mit Regenbogen Ja Und du kannst schießen da hinten Ja Das ist ein weiter Weg Deswegen nehme ich ein Auto Was ist hier noch, Richie? Loupen Gut, 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 gut Immer genau Ganz schön Hallo Ja Über 3000 Meter Ja, wir nehmen ein Außenposten ein Du hast durchgehalten Gerade so Wie lange meinst du denn, schaffst du es noch? Denn Micky und ich, wir werden uns ganz sicher rächen Ihr werdet euch rächen? Was glaubst du, wie es dem Hund geht? Ohne Frauchen, ohne Herrchen, da Wir sind schon Hast du mir jetzt platt gefahren? Äh, bitte? Was, hast du platt gefahren? Nichts Äh, die haben doch gerade über Funk Haben sie bei dir auch was gesagt? Ja, ja Aber dann bist du über irgendetwas gefahren Echt? Warte Oh, hab ich gar nicht mit Welchen Hase Vielleicht Oh, warte Ich würde keine Unschulden, Mistverdammt Ich habe keine Unschulden mit mir Egal Das kann schon mal passieren Dem Eifer des Gefechts Aber den hast du auch erwischt Ja Ist für einen guten Zweck Sag mal, was hast du denn für eine Waffe? Das macht Peng Ich hab Ich wollte doch Eine Sache Habe ich noch offen Ich soll doch Enten jagen Oh, ich hab sie getötet Oder Der Wurz Habe ich den erwischt? Du hast den erwischt Ja Ja Es brennt Ja Ja Ja, wir kommen nicht weg, wenn wir hier stehen Ja, das stimmt Ich mag mein Einhorn Ja Das ist ein ganzes Stück Ja Schaffen wir schon Da vorne Sehr gut Bist du noch da? Gefangenen Transport Ja, ja Gefangenen Transport Okay Vor den Wo wir eh nicht mehr ein Könnten wir schaffen Doch, doch Nur ich bin da keine große Hilfe Weil ich jetzt Nur die dicke Waffe dabei habe Den Entenjäger Sozusagen Ja, du musst vorne ran Nicht, dass ich den Woa Ah, du hast ihn Hast du ihn Ja Halt 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 Warum hält er dich hart? Na Ah, endlich Shit Fuck Hilfe Hilfe Böse Wildschwein Bleib da Okay, warte Ich komme Ich komme Na Na okay Der war schon Platz Wow Die fliegen richtig Hier Ja Wow Nicht doch Wer baut denn solche Straßen Guck an Die Stelle kannte ich auch noch nicht Halt Halt, 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 halt Wo ist denn hier die Straße? Kommen wir hier durch? Ja Aber war riskant für mein Einhorn Oh, warte Wachst du Plünder Bleib stehen Rucksack Das ist gut Also von mir aus Hier ist noch mehr Noch mehr Oh ja Huch Jo Wie schön Oh, hier ist noch mehr Ja Interessieren sich nicht für uns? Oh doch Boah, aufpassen Stirbst du? Ah Ah, schade Geisel befreit, aber keinen Punkt bekommen Geisel ist tot Ja, eine Geisel ist tot Okay Sonst kommen wieder 10, 20 Leute Kommen wir nicht weiter Oh, bisschen auch Bison Ja, aber kein Mutiertes Doch Nein, 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 mein Einhorn Kriegst du es? Fahr, 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 fahr Ich bin zu spät, ich bin ausgestiegen Warum bin ich ausgestiegen? Wow Du hast es geschafft Tausend Kugeln drin Krasses Bison Noch mehr? Da vorne ist irgendwas auf der Straße, irgendwas Großes Ist schon tot, oder? Nein, ist nicht tot So Jetzt ist Einsammeln? Ja, ja Einsam Na Oh, Gefangenentransporter Vorteilspunkt Vorsicht 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 Oh, hey Du kannst das richtig gut Bei mir sterben immer die hinten drin Danke für die Rettung Bitteschön Ja Komm mit ihm reden Du solltest ihn um nichts bitten müssen Denk daran, was sie vor den Bomben getan haben Die schulden uns was Ja, stimmt Ja Okay, weiter Kann schon was los hier Ja Was ist denn da links? Ein Gebäude, oder was ist das? Big Mike's Tal Ordent Bitte? Ordent Gucken wir später, oder? Ach, wenn wir schon mal da sind? Sind das bestimmte Orte? Ja Da Bekommt man ja Ressourcen Oder man kann dann Sich auch abwerfen lassen Oh, Eichhörnchen Oh, da hinten ist ein Bison, aber Ich glaube, das Bison ist da Das mit Krone Ich lebe Oh, ich bin tot Vorsicht, es kommt Hilfe, Mama Ich guck dir ein bisschen über die Schulter Es ist tot Wo bist du? Ich liege irgendwo Warte, ich rette dich Ich hab noch viel Zeit Dankeschön Jetzt ist alles wieder farbig So, wo ist der Bison? Bison, Bison, Bison Wo bist du? Du bist doch nicht wieder du Da, hier Oh Oh, gut Äh, wo hier? Da bei dem roten Container Ah, ja Wo ist das Radio? Oh, hast Hast du ein Radio gehört? Ja Hier drin ist was zu lesen In dem roten Container In dem Silo hier Moment mal Audio, war das noch? Audio, MP3, aha Streaming-Modus Ach Sind das MP3s, die man finden muss? Ja Ja, gibt es auch Aber hier höre ich jetzt gerade nichts Aber wenn du was gehört hast Dann wird da wohl eins liegen Irgendwann drinnen Ach, hier Schau mal Ja, öffnen Aber du hast gesagt Es gibt was zu lesen Dann lesen wir doch das Okay Überlebenden Tagebuch Och, diese verdammten Highwaymen Haben mir alles weggenommen Sind einfach vorgefahren Und haben mich aus meinem eigenen Garten rausgeballert Jetzt ziehe ich umher Und ernähre mich von dem Müll, den ich so finde Wenigstens kann ich mich in den Bunker in der Nähe zurückziehen Wenn es kalt wird Okay Bunker, Bunker, Bunker in der Nähe Hier Da ist irgendwie das Überlebensradio freigeschaltet Okay Are you safe? Oh Was ist das hier? Nicht viel Okay, kommen wir wieder hin Okay Bevor einer unser Einhorn klaut haben wir alles aber wo ist unser ziel jetzt ich sehe unser ziel nicht die straße rechts ist die straße ich bin leer ich bin leer das war da gar nicht hier vorne liegt hier ich bin dann voll ok jetzt sehe ich sie wieder das schaffen wir aber nicht mehr ganz in dieser folge ne das darf ich auch nicht vorsicht vor allem wenn du so fährst hehehe links danke an dich über den hügelbalken ach so bleib doch wie bitte ich habe es trotzdem gedacht wer schießt denn da auf mich was ist das ok Ja gut, dann können wir uns an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.